Wie früher. Da kann man sich hier reinhocken. Gott. Oh, scheiß Carbon. Das ist echt gut. Ja, im Auto. Im Auto. Im Auto. Was sonst? Jetzt gehen die magischen Dinge auf. Ja. Ah, da ist das Ding. Und das ist das Zoo. Gott. Na, stopp. Gott. Servut. Und das ist der neue Elektrosmator. Was ist das? Ach, der hat Smart drauf. Ups. Oh, was ist das hier? Cool. Oh, da kann man Handy laden. Großes Fahrrad. Ah. Gott. Der fährt so einfach. Das ist der. Bewusst. Der hier. Das ist jetzt rein. Fett über rein, okay. Ich bereue es meinen VW zu haben, wirklich. Hätte ich den schon gegeben, hätte ich den genommen. Obwohl ich Smart überhaupt kein Fan von bin. Aber er ist einfach technisch. Aber der ist gut. Also Ladefläche hat er fast genauso viel, wenn er zu kommen wäre. Gut. Super, super Autos. Der kostet 76.000. Und der kostet 44.000. Komm Spazabara, wir gehen weiter.